Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video bei uns auf dem Crypto-RG-Kanal. Freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, gemeinsam mit Finn und Liam natürlich heute wieder zu den wichtigsten Ereignissen im Cryptospace, direkt nach dem Intro im On-Trade-Data-Part. Finn spricht über den Delta-Price, wird genauer erklären, was das Ganze bedeutet und inwiefern das Ganze für eine Bodenbildung beim Bitcoin relevant ist. Danach geht es nochmal zum prozentualen Supply, der sich im Profit befindet, wird er euch auch genauer erläutern. Danach wie immer Liam im Chart-Part, dieser wird auf einen großen Rising Wedge auf dem Stunden-Chart eingehen und natürlich wie immer die wichtigsten Price-Targets behandeln, die ihr auf jeden Fall aktuell nicht aus den Augen verlieren solltet. Ganz am Ende nochmal mit mir, wir sprechen über eine Partnerschaft, kann man schon sagen, zwischen Ethereum und Binance. Es soll nun ein Proof of Reserves etabliert werden, beziehungsweise eingeführt werden. Sehr bullische News, auf jeden Fall ganz am Ende bis zum News-Part dranbleiben. Wenn euch das Video am Ende gefallen hat, dann lasst uns doch super, super gerne mal ein Like und vor allen Dingen ein Abonnement auf dem Kanal da. Gerne mal die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Jeden Tag bis 14 Uhr Videos und ganz, ganz großes Dankeschön geht für den aktuellen sehr krassen Support raus. Wir knacken immer wieder neue Like-Rekorde. Gestern auf dem Video 34 Likes. Es würde mich wirklich total freuen, wenn wir hier einfach mal die 30 Likes voll machen. Aktuell hängen wir uns wirklich richtig rein für die Videos. Deshalb würde ich jetzt sagen, starten wir auch direkt einmal rein. So und damit sind wir auch dann wieder bei den On-Chain-Daten. Und herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Finn und wir wollen uns heute mal den Percent Supply in Profit anschauen. Aber exkludiert heute mal der Adressen, die die Bitcoin nicht mehr seit mehr als 10 Jahren bewegt haben. Das heißt vermutlich einige davon sind Debt-Adressen. Also sozusagen Adressen, die einfach vielleicht keinen Zugang mehr haben. Oder von Leuten, die ihre Zugänge verloren haben und sie nicht mehr wieder restoren können. Denn wie gesagt, sie haben ihre Coins seit 10 Jahren nicht mehr bewegt. Und hier sehen wir schon einen ziemlich signifikanten Unterschied. Nämlich der normale Supply in Profit ist aktuell bei 45,98%. Also deutlich unter den 50%. Und auch schon an einem sehr sehr tiefen Punkt. Aber gerade wenn wir uns den Supply in Profit ohne diese 10 Jahre nicht bewegten Coins anschauen, sind wir aktuell bei 32,7%. Und das ist ein extremes Tief. Ich glaube sogar, das ist das tiefste Tief, was wir je gesehen haben. Und das bedeutet für uns, ist es tendenziell immer eine gute Sache, wenn wir in einem Bärenmarkt diesen % Supply in Profit ohne die 10 Jahres Coins als sehr tief ansehen. Aber gerade jetzt, wenn wir einen Allzeit-Tief dabei haben, ist das natürlich nochmal ein extrem gutes Zeichen dafür, dass wir gegebenenfalls den Boden schon gesehen haben. Oder zumindest extrem nah an unserem Boden drin sind. Denn wir werden nicht mehr viel, viel weniger % Supply in Profit sehen, als eben diese neuesten, tiefsten Niveaus. Zumindest war das in der Vergangenheit immer der Fall. Klar kann sich jetzt einiges natürlich auch ändern. Aber ich zumindest gehe aus dieser On-Chain-Date davon aus, dass wir den Boden gesehen haben oder sehr sehr nah am Boden drin sind. Die zweite Sache, die wir uns dabei nochmal anschauen wollen, ist die Bitcoin-Bier-Market-Levels. Hatten wir uns schon mal angeschaut, aber ich glaube, da waren wir noch ein ganzes Stück weiter oben mit dem Preis. Und zwar geht es hier um den Realized-Price, den Balance-Price, der im Endeffekt der Realized-Price minus den Transfer-Price ist. Transfer-Price würde ich jetzt hier von der Stelle nicht nochmal ausführlicher erklären. Den kann ich gerne nochmal machen, wenn es jemand mal hören will. Und den Delta-Preis, das ist auch der realisierte Preis, minus den durchschnittlichen Bitcoin-Daily-Colose-Preis seit Beginn von Bitcoin. Und hier sind das immer sehr schöne Level, die wir in vielen Bärenmärkten erreicht haben. Und zwar gerade den Delta-Preis haben wir bisher 2012, 2015, auch 2018 haben wir den Delta-Preis getroffen. Zwar teilweise ganz knapp nur oder auch ganz knapp verpasst, aber wir haben ihn mehr oder weniger getroffen. Den Balance-Price, das war immer eine sehr schöne Preisslinie, die wir mehr oder weniger den gesamten Bärenmarkt immer wieder angetestet haben. Und genau das sehen wir hier auch wieder. Wir haben ihn zwar jetzt nur erst einmal oder zweimal so ganz bisschen angetestet, aber wir finden uns sehr nah am Balance-Price. Die große Frage, die sich natürlich jetzt stellt ist, werden wir nochmal den Dip auf den Delta-Preis sehen, bei 12.900 Dollar zum Stand jetzt. Wie gesagt, wir haben immer gesagt, unser Price-Target für diesen Bärenmarkt ist 16.000 bis 14.000. Da ungefähr werden wir irgendwo den Boden sehen. Es kann natürlich sein, dass wir einen kleinen Wig auf runter sehen, nochmal unter die 14.000, vielleicht auf die 12.900. Genau, das wäre nochmal knapp 1.000 Punkte tiefer. Das könnte meiner Meinung nach ein realistisches, wirklich Bottom-Bottom-Szenario sein. Viel mehr erwarte ich auf jeden Fall eigentlich nicht. Eigentlich gehe ich nur von 14.000 bis 16.000 aus. Wie gesagt, natürlich keine finanzielle Beratung an der Stelle. Ihr müsst euch immer eure eigene Meinung bilden. Das sind einfach nur Informationen, die wir mit euch teilen wollen. Und wie gesagt, wir können einfach nur die Kunst-Szedenz zeigen, dass wir immer wieder den Delta-Preis mal berührt haben in jedem Bärenmarkt. Aber den Balance-Preis quasi haben wir in jedem Bärenmarkt durchaus öfter angetestet und als durchaus validen Support genutzt. Genau, um das jetzt herauszufinden, ob wir nochmal diesen Dip auf das Delta-Preis-Niveau sehen werden, müssen wir uns natürlich die Charts anschauen auf den kleineren und den mittleren Timeframes. Und genau deswegen gebe ich jetzt weiter an Liam. Okay Leute, dann kommen wir auch direkt nochmal zur Chart-Analyse und wir wollen uns heute nochmal ganz wichtig den Bitcoin-Kurs auf dem Daily und vor allem auf dem Oli-Timeframe anschauen, denn dort haben wir ein Pattern, was jetzt ausschlaggebend ist dafür, was in den nächsten Stunden und vielleicht auch Tagen mit dem Bitcoin-Kurs passiert. Aber vorher wollen wir uns natürlich nochmal den Daily anschauen, denn hier ist es auch wichtig, dass wir jetzt wieder mehrere Tage an einem wichtigen Widerstand hier gehapert sind und ihn nicht durchbrechen können. Wir sehen es ja hier, wir haben hier zum einen, ich habe mal wieder alle FIP-Levels hier eingeblendet in unserem Fibonacci-Retracement, nicht nur das 0.618 und das 0.5, denn auch die darunter sind natürlich ausschlaggebend dafür, dass sie einfach als Supports bzw. Widerstände gelten. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier einmal sehr stark bei 17.150 abverkauft wurden und einmal sehr stark bei 17.000 abverkauft wurden, 16.900, 17.000 ungefähr. Und da befindet sich natürlich auch ein FIP-Level, ich habe es mir nämlich schon gedacht und dementsprechend haben wir hier einfach eine kleine, aber wichtige Widerstandszone über uns, die vor allem auf dem Hourly deutliche Probleme für den Bitcoin-Kurs macht, gerade weil wir eben momentan dadurch geschwächt sind, dass wir hier zum dritten Mal, ich zeige es euch nochmal, durch die Bollinger-Bands auf dem Daily, die extrem gesqueezed waren, abverkauft wurden. Also wir waren hier einmal hier extrem gesqueezed, wurden enorm abverkauft, hier extrem gesqueezed, wurden enorm abverkauft und natürlich nochmal hier gesqueezed und wurden enorm abverkauft. Das heißt, es sieht momentan einfach nicht danach aus, als würde Bitcoin bei sehr gesqueezten Bollinger-Bands dazu kommen, einen Long-Breakout zu forcen und das ist natürlich sehr schlecht für den Bitcoin-Kurs. Des Weiteren haben wir jetzt auch News gesehen, ich weiß nicht, ob Timo es im News-Part erwähnt, aber diese könnten sich auch durchaus negativ auswirken und zwar wurde ja kurz nach der Grenze zwischen Polen und Ukraine, Polen von zwei russischen oder zumindest russisch-Stämmigen, also in Russland gebauten Raketen getroffen und das kann natürlich sehr, sehr, also sehr, sehr auslösend dafür sein, dass wir einen nächsten Weltkrieg sehen, beziehungsweise stehen wir ja anscheinend schon ziemlich kurz davor, ihr könnt euch das euch sicher vorstellen. Bis jetzt ist, glaube ich, noch nicht bestätigt, dass die Raketen von Russland abgeschossen wurden, aber trotzdessen ist hier auf jeden Fall Unruhe im Spiel und ich denke, ihr könnt das auch verstehen. Wir müssen aber trotzdem nochmal vorgehen in den Hourly-Chart und hier haben wir natürlich auch ein Pattern, was ein Short-Pattern ist und zwar dieses Rising Wedge, da sind wir gestern auch zwischenzeitlich ausgebrochen, dann wieder hier so ein bisschen zurückgekraxelt und sind jetzt weiter am Fallen, einfach weil wir hier diese 16.960 bzw. 17.000 US-Dollar einfach nicht nach oben hin durchbrechen, ziemlich genau hier befindet sich ja unser FIP-Level, wie wir eben gesehen haben und das schaffen wir einfach nicht nach oben hin zu durchbrechen und dementsprechend wurden wir jetzt hier weiter abverkauft. Das Breakout-Target von unserem Rising Wedge würde auch ungefähr bei 15.900 US-Dollar liegen und bei 15.800 haben wir ja hier auch unsere horizontale Support-Linie, wo wir jetzt schon zweimal waren mit dem Kurs, das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir nochmal bis zu 15.800 US-Dollar abverkauft werden. Ja Leute, das war es wie immer mit dem Video und ich würde... Ja Leute, das war es wie immer mit der Charter-Analyse und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn jetzt kommt der News-Part mit Timo. Vitalik Buterin und CC wollen sich nun partnern, um ein Transparenz-Protokoll für Kryptobörsen umzusetzen. Damit würde erstmals eine riesige Kooperation zwischen Binance und in gewisser Weise Ethereum auf die Beine gestellt werden. Vitalik Buterin hatte angekündigt, dieses Transparenz-Protokoll als Proof of Reserve für Kryptobörsen einzuführen. Daraufhin hat sich Binance-Chef CC sehr, sehr positiv gestimmt, bereit erklärt, dass Binance als Versuchskaninchen beziehungsweise als Testlauf für dieses Protokoll verwendet werden kann. Beide haben direkt ein Team abgesetzt, was sich jetzt um die Umsetzung kümmert. Ganz klar, das Ziel dahinter ist natürlich das verlorene Vertrauen von Investoren zurückzugewinnen und vor allem den Kryptospace in einer gewissen Weise sicherer zu machen. Bisher konnte man aus offiziellen und unoffiziellen Dokumenten lediglich die Solvenz beziehungsweise die wirkliche Finanzlage einer Kryptobörse ablesen und die Nutzer mussten sich schlichtweg auf die Börse verlassen. Nun möchte man aber wirklich Protokolle und einfach Mechanismen einführen, die es Anlegern erlauben beziehungsweise ermöglichen, zu 100% und Kompletttransparenz die Solvenz-Situation einer Börse zu prüfen und daraufhin ihre Entscheidungen zu treffen. Sehr interessant ist, dass das Ganze nun sehr schnell auf die Beine gestellt werden soll. CC sprach davon, dass es um eine Zeitspanne von ein paar Wochen gehen soll. Binance hat ja bereits nun jetzt schon seine Cold Wallet Adressen veröffentlicht, damit die Nutzer ganz klar sehen, welche Reserven Binance wirklich hält und das Ganze wäre wirklich ein Schritt, um den Kryptospace viel sicherer zu machen. Bisher ist das Ganze eine reine Vertrauenssache und wir haben es bei FTX gesehen, egal wie groß der Exchange ist, Vertrauen kann man leider im Kryptospace niemanden und mit dieser Neuerung gäbe es erstmals die Chance, wirklich eine 100%ige Sicherheit zu geben beziehungsweise vielmehr den Nutzern eine Chance zu geben, ihre eigene Entscheidung abhängig von einer Faktenlage zu machen und nicht von reinen Gerüchten. Wie schnell dieser Proof of Reserves umgesetzt wird, werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen sehen. Auf jeden Fall eine sehr positive Nachricht für den Kryptospace. Darüber hinaus läuft ja auch schon der Wiederaufbaufonds. Für gescheiterte Kryptounternehmen möchte ich jetzt nicht sagen, aber für Kryptounternehmen, die in Solvenz beziehungsweise in Liquiditätskrisen gekommen sind. Wir haben also aktuell eine gute Newslage, die auf jeden Fall dafür sorgen könnte, dass wir jetzt eventuell es hier schaffen, an dieser Stelle den Boden zu bilden. Wenn es Neuerungen gibt, werden wir euch natürlich jeden Tag darüber weiterhin informieren. Ihr wisst es, wir laden jeden Tag bis 14 Uhr ein Video hoch. Deshalb gerne mal an dieser Stelle den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das war es jetzt soweit von mir. Bis morgen zum nächsten Video. Ciao.